Hallo, das ist das Video Nummer 8, das Thema vollständige Induktion. In diesem Video möchten wir diese Aufgabe beweisen. Ganz schnell gehen wir zur Sache, weil wir die Grundlage in den letzten Videos erklärt haben. Also wir haben hier eine Summe von k gleich 1 bis n. Also wir beginnen mit dem Induktionsanfang. Also k gleich 1 bis n, das heißt k geht von 1, 2, 3 bis n. Induktionsanfang ist gleich 1, das heißt k gleich n gleich 1, 1 setzen. Dann haben wir auf der linken Seite minus 1 hoch 2 mal 1 hoch 2. Auf der rechten Seite minus 1 hoch 1 plus 1, 2 mal 1 mal 1 plus 1 geteilt durch 2. Also 1 gleich 1. Induktionsanfang bestätigt. Nächster Schritt. Induktionsschritt besteht aus Induktionsannahme. Das heißt wir nehmen an, dass diese Summe richtig ist, diese Formel, diese Gleichung richtig ist. Und wir möchten nun beweisen, dass diese Gleichung, was wir beweisen möchten, auch für n plus 1 richtig ist. Das heißt für n, n plus 1 einsetzen. n plus 1. Überall wo wir n haben. Hier haben wir k, egal. n plus 1 für n einsetzen. Dann haben wir nochmal plus 1, das heißt n plus 2. Hier n plus 1 einsetzen. Hier n plus 1 plus 1. Dann haben wir n plus 2 geteilt durch 2. So, jetzt müssen wir beweisen. So, wie gehe ich vor? Das heißt wir haben hier bis n plus 1. Ich schreibe 1, 2 bis n und bis n plus 1. Das heißt bis n ist da. Und eine einzige Zahl bleibt übrig, also n plus 1. Dann haben wir hier. Wir haben die Summe einfach einmal bis n und dann für eine Zahl n plus 1 hier hingeschrieben. So, warum haben wir das gemacht? Damit wir die Induktionsannahme benutzen können. Also bis n setzen wir ein, heißt hier. Für diesen Teil setzen wir ein. Und für diesen Teil, das ist nur eine Zahl, setzen wir k gleich n plus 1 ein und dann ist die Sache erledigt. Das heißt haben wir hier minus 1 hoch n plus 1 mal plus. Und hier für k setzen wir n plus 1 ein. Also dann haben wir n plus 1 plus 1, n plus 2 mal k zum Quadrat mal n plus 1 zum Quadrat. Okay, ich übernehme diesen Term hier. Hier. Wir haben mit dem Teil angefangen hier. Also wir müssen diesen Teil bilden, was auf der rechten Seite steht. Das heißt, wir brauchen minus 1 hoch n plus 2. Aber hier haben wir minus 1 hoch n plus 1. Wir müssen irgendwie von minus 1 hoch n plus 1 auf minus 1 hoch n plus 2 kommen. Warum? Weil wir auf der Suche nach dem rechten Teil sind. Also hier auf der rechten Seite n plus 2 steht. So, wie kriege ich hier von minus 1 hoch n plus 1? Minus 1 hoch n plus 2. Ich kann diesen Teil, also minus 1 hoch n plus 1, einmal mal minus 1 mal minus 1 machen. Wenn ich mal minus 1 mal minus 1 mache, bedeutet mal 1 machen. Das heißt, ich ändere diesen Teil eigentlich nicht. Ich habe nur einmal minus 1 mal minus 1 gemacht. Damit ich jetzt mit diesem Teil, mit dieser minus 1, minus 1 hoch n plus 2 bilden kann. Und zwar, ich nehme hier minus 1, das wird jetzt minus 1 hoch 1 mal minus 1 hoch n plus 1. Dann haben wir minus 1 hoch 1 plus n plus 1. 1 plus n plus 1, also minus 1 hoch n plus 2. Das heißt, hier haben wir minus 1 hoch n plus 2 und hier ein minus 1 kommt davor. Das heißt, minus minus 1 hoch n plus 2. Der Punkt ist mal 1 machen und für 1 schreiben wir minus 1 mal minus 1. So, dann können wir einsetzen, also für minus 1 hoch n plus 1 setzen wir minus minus 1 hoch n plus 2 ein. Der Rest bleibt unverändert. Jetzt haben wir hier minus 1 hoch n plus 2. Hier auch minus 1 n hoch n plus 2. Kann ich minus 1 hoch n plus 2 ausklammern. Warum? Weil wir auf der Suche nach minus 1 hoch n plus 2 sind. So, ausklammern. Dann haben wir hier einmal, wenn ich ausklammere, dann habe ich einmal n plus 1 zum Quadrat. Und einmal hier haben wir minus n mal n plus 1 geteilt durch 2. Ganz wichtig, diese Minus nicht vergessen. Dann habe ich hier 2 mal n plus 1 zum Quadrat minus n mal n plus 1. Ich kann n plus 1 ausklammern. Dann habe ich hier minus 1 hoch n plus 2 mal n plus 1 ausklammern. Dann haben wir 2 mal n plus 1 minus n. Richtig? Und 2 mal n plus 2 minus n. Dann haben wir hier n plus 2. Dann haben wir n plus 1 mal n plus 2 geteilt durch 2. n plus 1 plus n plus 2 geteilt durch 2. Hier komme ich auf diese Form. Einmal n plus 1 ausklammern und dann zusammenfassen. Fertig. Dann haben wir die echte Seite gebildet. Das bedeutet, die Annahme ist richtig. Also so einfach ist das. Du musst natürlich nur diesen Punkt kennen. Ich kann dir versichern, dass du diesen Punkt auch in der Klausur brauchst. Auf jeden Fall irgendwelche Aufgaben kommen, wo wir minus 1 mal minus 1 machen müssen oder sowas ähnliches. Alles klar. Falls du Fragen hast, einfach kommentieren. Bis dann. Tschüss.